So, es geht einfach dort rum. Ich muss meinen Mund halten. Ich muss meinen Mund halten. Er weiß schon warum. Es geht gleich alles ins Internet. Dann weißt du... Weißt doch den Vogel an, da soll man was machen oder sagen. Kannst du da nicht? Kannst du den hergeben? Nein, 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 der ist ohne Gott nicht. Den brauche ich. Jürgen lächeln. Die Welt sieht dich. Beryl, ich hab welche... Beryl, wo ist das für dich raus? Das ist nicht. Dein Kopf ist drauf. Das geht ja eigentlich um die Vorrede. Der ist hier im Stimmbruch. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, was ist das? Was? Komm her, komm her, komm her, komm her. Was schimpfst du noch? Was schimpfst du noch? Komm her, komm her, komm her. Komm her, keine Ahnung. Komm her, komm her. Nein, komm her. Wie ist das denn, was ist das? Ja, 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 ja. Quatschkopp, Quatschkopp, du Quatschkopp. Schalli! Gehs, Paar! Na, mein Gute! Was ist denn los, hä? Komm mal her, komm mal her! Was ist denn los, was ist denn los? Tina! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Wir lege nicht viel mehr drauf, dass wir sprechen. Wie gesagt, uns gehts nur, dass sie keinen... Hörst du, wie der mitquatscht? Der quatscht mit? Marni! Du hörst, glaub ich, gell? Ja, ja. Wenn viel gesprochen wird, noch lauter werden, samm Kaudewelsch mit. Bergl! Du sollst nicht nach mir pfeifen. Mal das, die Vogel rumdrehen. Komm doch! Ja, so, Marni. So rum. Der typische Vorführeffekt. Hey, ich hab nachher die Monate anrufen. Du kriegst keine Anrufe, schreib doch keine Telefonnummer dazu. Ja, ja, aber die wissen wohl die Technik her. Jürgen und Mahl ist Wollmann. Gau Algesheim. Brauchst du den Ton jetzt nicht mehr ausgemacht, oder das ist nur ordentlich? Du Arsch! Mensch, ich tu das ganze gebabbelst doch mit Hochlade, oder was? Das unterleg ich mit Musik, das Video. Das machst du schon die ganze Zeit, du Hirn. Musik. Das unterleg ich doch eh mit Musik. Charlie, was? 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 Auf, alle, alle, alle. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jürgen, manchmal klappt das aber gar nicht mit der Musik unerleert. Ja, 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 ja. Pass auf, pass auf. Jetzt machen wir es. Hör aufs Video, pass auf. Berl, Berl. Wie macht die Schina, wenn man auf den Schwanz dreht? Nein, nicht sehr gut. Na gut. Sehr gut. Ja, nein. Wie macht sie, wenn man halt den Schwanz regelt? Nein, auch nicht. Das kommt gut. Ich kann meine Liebe gar nicht. Warte, darf ich doch bei dir mal kurz kurz trinken? Ob du es kannst, weiß ich nicht. Dürfe du es doch. Dann mach es. Pures Limo. Ah, ihr mit euren Fögel. So macht die China. Ja, machen wir richtig. Wie macht die China, wenn man Verschwanz regelt? Da die Zuschauer von meinen Videos die China lieben, wirst du jetzt Eiger kriegen. Schade, alles zurück. Sehr gut. Sehr gut. Ah, Manny. Manny. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So weiß es auch. Ja, ja, ja. Aber der kann auch bis mal. Pass auf. Du machst doch gar nichts an dich, wenn du jetzt bist, du machst doch gar nichts an dich. Wenn dir die Füße hin, dann wird es besser auch sauer, oder? Ach so, du gehst auf die Zehen. Aber das ist schlimm, gell? Mani!